Sie haben gesagt, warum sie dann nicht in die Dinge gehen und gehen schlafen, weisst du? Ja. Wenn man sich in die Nachschlafstelle und dann gehen sie auf die Strasse, dann hat sie gesagt, erstens stinkt es dort und zweitens weiss man nie die Klaude gegen alles. Kannst du dich nicht richtig schlafen. Und dann sind sie ein bisschen lieber gelassen. So, nur mal. Das ist ja immer.